Na Grillie, ich hab dich ja ganz schön lange nicht mehr benutzt, es tut mir leid. Aber du bist nicht sauer auf mich, oder? Okay. Moin, hallo zu Tom kocht, oder besser gesagt Tom grillt, denn dieses Jahr, 2018, gibt es tatsächlich das sehr oft gewünschte Grill-Special. Und was machen wir heute, ist doch ganz klar, Bratwürstchen grillen. Da ihr wahrscheinlich schon wisst, wie man Bratwürstchen grillt, hab ich mir gedacht, zeig ich euch doch mal einfach, wie man Bratwürstchen macht. Und den Senf dazu, und den Ketchup dazu, und die Pommes dazu, die Mayo kaufen wollen. Ich habe insgesamt für das ganze Material, was man dafür benötigt, ungefähr so viel Geld ausgegeben. Und das reicht so circa für 10 Bratwürstchen. Da ich aber natürlich nicht profane Bratwürst machen möchte, versuche ich, glaube ich mal, zwei Sorten. Und zwar einmal ganz normal mit Schwein, und einmal Merges. Und falls ihr nicht wisst, was das ist, zeig ich euch gleich. Es ist zwar ein bisschen schade, dass ich das hier ganz alleine machen muss, weil das wird eine Schweinearbeit. Aber so ist das nun mal, meine ich mal, wenn man keine Freunde hat. Fangen wir doch einfach mal an. Und für dieses leckere, leckere, tote Tierprodukt benötigen wir. Um schon mal den Appetit anzuregen, fangen wir mal mit den Därmen an. 100 Meter. Weniger gab es nicht. So, das Fleisch teilen wir uns. Ich habe hier noch besorgt lecker Rind und lecker Schwein. Und dann gibt es noch eine schöne Lammkeule dazu. Für die Pommes natürlich Kartoffeln. Nee! Hättest du mal runterfallen lassen. Du bist kein Profi. Für den Ketchup brauchen wir natürlich viele Tomaten. Ob frisch oder aus der Dose ist, eigentlich egal. Profi-Tomaten-Zeug. Ja, und dann noch ganz viele Flüssigkeiten und Gewürze. Senfkörner, Apfelessig, Weißweinessig, Cayenne-Pfeffer, Pfeffer, Paprika-Bowar, Balsamico, Weiß und Majoran, Salz. Wie heißt das Zeug nochmal? Kölfer. Und dann gibt es hier noch etwas, das ich vorher noch gar nicht kannte. Es ist Harissa. Und Kurkuma. Frisch. Und Zucker. Ja, jetzt müssen wir den Grill eigentlich nur noch anmachen und dann läuft die Schoße, so wie ich das verstanden habe, oder? Ja. Der Haft ist der Kreise. Ja, hier seht ihr nochmal die Zutaten im Überblick. Und was ich jetzt da noch nicht drauf gelegt habe, sind die Zwiebeln. Aber da ich Zwiebeln schneiden ja wie die Pest hasse und nach dem Internet und dem Navigationsgerät eine dritte Sache für mich von den Wissenschaftlern personenbezogen erfunden worden ist, habe ich das hier gekauft. Man lebt und lernt. Ja, und da wir uns den Kack mit den Zwiebeln diesmal geklemmt haben, fangen wir mal mit den Senfkörnern an. Wisst ihr eigentlich, wie man Senf macht? Ich wusste es bisher auch nicht, aber ich zeige es euch. Es ist ganz einfach. Oder? Wir werden es sehen. Da, erstmal die Waage angemacht. Senfkörnerfackung. Fachmännisch öffnen. Scheiße. Locken Senfkörner eigentlich Wespen an? Ich habe das hier alles so schön aufgebaut, ich möchte nicht, dass das zerstört wird. Na ja, du hast es alles schön aufgebaut, aber das Ding ist, wir müssen eh gleich rein, weil du musst das meiste drin machen. Ist doch egal. So, also hier kommen jetzt 66 Gramm von diesen Körnern rein. Warte mal, die ganze Packung sind doch 100. Stimmt. Ups. Hier ein bisschen noch. Ja. Ne, pass auf, hier, die Waage sagt, jetzt. Alter Schwede, für die Menge brauchen wir aber einen richtigen Mörser. Wollen wir mal die Franzosen fragen? Ha, 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 lustig. Oh, scheiße. Ich sage ja, es ist ganz, ganz einfach. Hier, da ist auch noch einer. Da auch noch. Na gut, okay. Sind wir mal so ein bisschen feinfühliger und drücken das Ganze erstmal so ein bisschen an. Wir wollen ja ein bisschen Mehl haben. Senfmehl. Also dafür, dass sie so klein sind, sind die aber auch ganz schön widerstandsfähig. Uh, ich glaube, davon mache ich einen Schnelldurchlauf. Fuck. Alter, das ist doch nicht wahr. Okay, so geht's auch. Doch, machen wir mal weiter im Rezept. Und für die Flüssigkeit, für den Senf, benötigen wir eigentlich nur 30 bis 33 Milliliter Wasser, was ganz schön schwer abzumessen war mit diesem blöden Ding hier. Und circa 92, ja, ich habe ganz, ganz genau nachgerechnet, Milliliter von diesem Balsamico. Weiß. Das sind 100, also fast alles. Puh, das war knapp so. Müsste eigentlich passen. Dann, äh, fachmännisch verrühren. Schon mal schmecken. Tut es einfach nicht. Tut es einfach nicht. Aber so ein Balsamico ist ja schon ein bisschen süßer als normales Weißweinessig, ne? Also ihr könnt natürlich auch einfach Weißweinessig nehmen, aber hier habt ihr eher die mediterrane Sorte, dann, äh, ja, schmeckt vielleicht ein bisschen runder. Keine Ahnung. Und als wenn das nicht schon süß genug wäre, kommen wir jetzt noch 60 Gramm Zucker rein. Ne, Mist, das waren 40 Gramm. Nein, das waren 20 Gramm. Scheiße. Ja, ich weiß, das sieht manchmal hier einfach so, ja, nach Absicht aus, um einen lustigen Gag für die Kamera zu machen. Aber nein, es ist einfach blanke Idiotie. Gut, so müsste es gehen. Dann hau ich hier noch den restlichen Balsamico rein. Und vielleicht noch ein bisschen Wasser. Oder ein bisschen Salz. Sooo viel ungefähr. Also eigentlich viel weniger. Und wie geht es voran mit den Senfkörnern? Ich sage nur, der Nachbar scheint eine Säge zu haben. Vielleicht sollten wir den mal fragen. Ah, die Fresse. So, jetzt nehme ich noch ein bisschen Kurkuma hier. Das ist dann für die Farbe. Das sieht so aus, wenn es frisch ist. Ihr könnt natürlich auch Pulver nehmen. Ach, und das färbt ganz dolle, wie ihr hier seht. Das ist ja klasse. Das tue ich hier schon mal rein. So, äh, so ein Knützel hier. Sieht ein bisschen aus wie Karotte, ne? Du weißt, dass man Kurkuma von den Fingern nicht abkriegt. Gut, dass du es jetzt schon sagst. Oh. Ja. Okay, äh, und das kochen wir jetzt mal eben kurz auf. Ja, nach einer halben Stunde sieht das schon ganz gut aus. Ich gehe mal so lang rein, ne? So, dann nehmen wir hier so einen Stieltopf. Und kochen das Gebräu, was wir gerade zusammengemischt haben, ein bisschen auf. Erstmal noch ein bisschen schwenken. Und wenn ihr jetzt sagt, Tom, das hättest du doch auch in einem Stieltopf schon anrühren können. Dann, äh, ja, habt ihr völlig recht. Ihr seid mir mal wieder Wein voraus. Bisschen rühren. Und mal gucken, was passiert. Es muss übrigens so ein Besen sein, der mit Gummi... Das war keine gute Idee. So, das muss jetzt noch ein bisschen heiß werden und vor sich hin blubbern. Muss es überhaupt blubbern? Ja, in mehreren Rezepten steht man. Soll es heiß werden lassen, von kochen steht da nichts. Deswegen drehe ich es jetzt lieber noch mal ein bisschen runter. So, und bei näherer Betrachtung wäre Kurkuma-Pulver wahrscheinlich die richtige Wahl gewesen. Auch für die Finger. Barzipsen. Okay, das kann jetzt kurz abkühlen. Auf circa 30 Grad. So, das hab ich doch gut hingekriegt, oder? Ja, schwer zu sagen, ob das jetzt 30 Grad sind. Äh, man könnte natürlich einfach mal den Finger reinstecken und sagen, keine Ahnung, kommt wohl irgendwie hin. So, das kommt dann hier rein. Und dann muss das 5 Minuten verrührt werden. Aber natürlich nicht mit so einem verkackten Schneebesen, sondern mit mehr Power. Boah, ey, 5 Minuten ist das fair im Ernst? Ihr seht schon, wir haben da ein bisschen weniger von gemacht, damit wir da nicht alles wegschmeißen müssen hinterher. Ist natürlich jetzt richtig super zu mixen. Also, irgendwie ist es mir noch nicht gelb genug, deswegen mache ich hier noch ein bisschen was von rein. Okidoki, Mann, Senf, toll! Mmmh, ja, dann probieren wir mal was. Bitteschön. Rein damit. Der Ketchup wird auf jeden Fall besser. Ist ein bisschen senfig. Bayrischer, Bayrischer Senf. Toll! Hallo. Ja, was man zu dem Senf nochmal sagen muss, der muss jetzt eigentlich nochmal zwei Tage ziehen, dann ist er nicht mehr so scharf. Und Senfkörner sind gar nicht so scharf. Man darf sie nur nicht in den Mund nehmen. So, kommen wir mal zum Ketchup. Und zwar brauchen wir da jetzt erstmal Tomaten. Voll reif und in Stücken circa 750 Gramm. Machst du hier eigentlich den Strunk raus? Nö. Das ist ja wieder wertig. So, eine habe ich hier jetzt drin. Das sind 100 Gramm. Der Rest kommt aus der Dose. Genauso gut. Ganz vorsichtig. Was haben wir jetzt? 750. Passt doch. Ok, dann schneide ich noch ein bisschen Ingwer. Ja, nach Entfernen der Schale. Rezepte sprechen davon, man soll es klein schneiden. Das tue ich nicht. Denke nicht, ne? Ich versuch's. Ich habe an die Finger gedacht, das hat trotzdem nicht funktioniert. Wie kann das sein? Ich massier das hier nochmal ein, so richtig. Ein bisschen in den Nackenwirbel auch. 12. oder 13. Gibt es 13 Nackenwirbel? Ich weiß es nicht. Das sieht ein bisschen müderlich aus. Es ist so mit das Appetitlichste, was ich bei Tom Koch jemals gemacht habe. Und das kommt jetzt erstmal auf den Herd. Das lassen wir jetzt auf kleiner Hitze köcheln, ab und zu umrühren. Wie lange muss das eigentlich? 30 Minuten. Ok. Nach 10 Minuten sieht es so aus. Und weil die übrigen 20 Minuten ganz schön lange dauern, machen wir erstmal was anderes. Dann machen wir uns mal an das Fleisch. Ja, was haben wir denn hier schönes? Neuseeland-Lamm habe ich hier. Und einmal so gemischt Schwein und Rind. Und ich rutsche mal ein bisschen zu euch hin. Also ich habe die Dame an der Theke extra gefragt, was man so zum Wursten benutzen kann. Und sie sagte, so ein Schmorbraten wäre auch völlig okay. Und deswegen habe ich hier einmal Schmorbraten vom Rind und einmal so eine Art Gulaschfleisch. Schinkenbraten. Schulter und Keule wäre auch okay. Wie viel brauchen wir denn jetzt eigentlich? Da ist ein bisschen wenig Fett dran, ne? Die würde ganz schön unterbrocken werden, deine Bratwurst. Nein, das wird sie nicht. Doch. Ich mache dann auch was von meinem Fett rein. Yay! Also erstmal schneide ich das Stück hier mal durch. Und das werde ich dann noch weiterverwenden. Für irgendwas anderes. Es ist sonst ein bisschen viel, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Werden wir es rausfinden. Und wie ist die Wurst? Merges machen wir jetzt. Genau. Aber dafür brauchst du ja keinen Schwein. Nein, dafür brauchen wir das. Die Schweinewurst mache ich nochmal so nebenbei, weißt du? Willst du das ganze Lamm jetzt verarbeiten? Nein, natürlich nicht. Magst du Lamm überhaupt? Natürlich nicht. Doch schon ein bisschen. Och, guck mal. Lass doch viel Blut. Geh das auskippen. Soll ich das mal lieber auskippen gehen? Aber ich kippe das doch auch einfach trinken. Irgendwie erinnert mich dieses Stück Schweinefleisch so an eine Silikontitte. Und dieses Stück hier, das erinnert mich irgendwie an ein, keine Ahnung, Herz. Da ist noch ein Knochen drin, sei vorsichtig. Da ist kein Knochen drin. Ich habe extra ohne genommen. So. Oh. Das ist eine blutige Angelegenheit. Also liebe Vegetarier und Veganerfreunde, wir machen uns natürlich nicht über das tote Tier lustig oder so. Das ist überhaupt kein Spaß hier. Wir haben sehr viel Respekt dafür, dass dieses Tier sein Leben gelassen hat. Und deswegen werden wir jetzt diese... Ist das eine Sehne hier? Nee, die kannst du mit klein schneiden und alles. Meinst du, das ist schön fett, ne? Ja. Oh, ich habe mir die Nase wehgetan. So, jetzt steilen wir da kleine Stücke von. Ja, einfach mal so runter, ne? Wie so eine Zwiebel. Schön mit Krei im Griff. Meinst du, Gulaschstärke reicht oder muss kleiner? Ne, Gulaschstärke. Da muss man ganz schön auf seine Finger aufpassen. Aber falls ich mir einen absäbeln sollte, packen wir den auch in die Wurst, oder? Ich würde es sagen. Also, ich meine, wenn jemand sein wirklich eigenes Rezept haben will, mehr kann da nicht gehen. Nee. Und die Wurst, in der dann der Finger mit drin ist, die verlosen wir über YouTube. Das ist eine schöne Idee, aber ein bisschen möchte ich abbeißen davon. Aber wir könnten auch alle auffordern, dass alle uns so ein Stück Finger schicken. Wir verarbeiten aus allen Fingern hier und machen eine Wurst. Oder wir fragen die gar nicht und holen uns die Finger einfach. Ja. Gebt einen Daumen hoch, dann stimmt ihr zu. Jetzt ärgern sich schon die, die vorher schon einen Daumen hochgegeben haben. Ja, wie dem auch sei, also dieses Fleisch, das ist natürlich ganz frisch, war natürlich eingefroren, klar. Aber es riecht tatsächlich sehr, sehr frisch und es riecht auch vor allem so nicht nach Ochse oder sowas. Nee, Ochse ist ja Quatsch. Hammel, meine ich. Hast du schon mal Hammelfleisch probiert? Hammelfleisch ist so tranig und ja, es riecht und schmeckt nach Schafstall. Das ist aber eine Sehne, oder? Das kommt weg. Da. Ich glaube, so ein gestandener Fleischer würde mir raten, das Messer so in die Hand zu nehmen. So. Ne? Und dann funktioniert das auch gleich viel besser. Und vor allem funktioniert das viel besser, sich damit die Finger abzusebeln, wenn man das nicht kann. Gut. Das war schon mal das Lamm. Ich weiß auch nicht, wie viel wir davon jetzt benutzt haben. Die Hälfte. Etwas mehr als die Hälfte. Also ich meine, es war so ungefähr genauso viel wie das hier. Und das sind 500 Gramm. Vorsicht mit deinen Fingern, verdammte Scheiße. Ich finde es mal lustig, wenn ich mich schneide. Und da bin ich nicht der Einzige, glaube ich. Also das ist jetzt hier das Rind, wie gesagt. Ein ganz normaler Rinderbraten. Der war im Sonderangebot. So riecht es auch. Das ist einfach nicht wahr. Was machen wir jetzt eigentlich gleich mit den Stücken? Vielleicht Küchenmaschine? Oder dann doch eher ein Wolf? Vielleicht können wir jetzt mit einem Stein wolfen. Dann ist es Wolfenstein. Nicht lustig, ne? Aber wenn wir das in einem kleinen Spielzeitschloss machen, ist es Carsten Wolfenstein. Wenn wir das Carsten für uns machen lassen, ist es Carsten Wolfenstein. Ja. Was? Das ist Carsten. Wir nähern uns der Zielgeraden. Zack. Jetzt haben wir ungefähr ein Kilo, halb-halb. Also halb Rind und halb Lamm. Und das müssen wir jetzt irgendwie zu einer Belouche verarbeiten. Dann gehen wir mal einen Wolf suchen. Ja, such dir einen Wolf. Ja, den Wolf haben wir leider nicht gefunden. Dafür habe ich aber was anderes Cooles. Das Schweinefleisch haben wir uns ja noch gar nicht vorgenommen. Und das mache ich jetzt mal mit diesem tollen elektrischen Messer. Mal gucken, ob das besser ist. Ist es. Ich glaube, damit ist ganz schnell ein Finger ab. Aber hey, guck, hat funktioniert. Jetzt müssen wir das alles erstmal ein bisschen durch passieren. Ein bisschen mit so einem Teigschaber und so einem feinen Sieb. Und dann sieht man, das dauert fucking ewig. Also ganz im Ernst, da hätte ich eigentlich auch passierte Tomaten nehmen können, oder? Guck mal, wie das aussieht. Ich glaube, ich nehme doch lieber einen größeren Löffel. Das dauert mir so zu lange. Das ist viel einfacher. Warum sagst du denn nichts? Quizfrage, Arschloch. Ich bin jetzt gleich fertig hier. Und was werde ich jetzt am Schluss für einen lustigen Spruch bringen? Viel Salz. Nein, den doch nicht. Schon passiert. Weil ich passiert habe. Verstehst du? Das ist gut, ne? Habe ich lange dran gearbeitet? Das glaube ich. Ich hatte schlaflose Nächte. Das macht man aber auch so lange natürlich, bis man hier Tomatenpulver hat. Nochmal eben abschaben. Warum mache ich das nicht hiermit? Das ist doch viel einfacher. Du bist mir ein schöner Assistent. Ich schwenke wieder auf deine Schnauze. So, schon passiert. Jetzt hätte ich bei dem Apfelessig fast diese Lasche wieder vergessen. Die vergesse ich fast jedes Mal. Nur diesmal nicht. So, 75 Milliliter kommen da rein. Das sind ungefähr so viel. Guck mal hier. 0 Gramm. Guck mal. Das geht nur, wenn das auf dem Tisch steht. Das ist ja lame. Guck mal. 0. Immer noch. Ja. Meinst du, wir sind bei 60? Ne. Gut. So, ist gut. Deswegen sagen immer alle, Ketchup sei so ungesund. So, 60 Gramm Zucker. Für die Schärfe ein bisschen Cayennepfeffer. So. Das wirst du nicht merken. Paprika edelsüß ein bisschen. So, ein bisschen Salz. Jipp. Und ein Ticken Koriander. Da fehlt ja noch Pfeffer. Aber nicht so viel. Ist ja ein Ketchup, ne? Und zum Andicken noch ein bisschen Tomatenmark. Ich habe Rezepte gelesen, die benutzen nur Tomatenmark. Nur. Und die waren super bewertet bei Chefkoch. Schmeckt schon mal richtig scheiße. So, und jetzt lassen wir das nochmal 45 Minuten vor sich hin beulern. Natürlich auf kleinster Flamme. Back to the worst. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich meine gute alte Küchenmaschine wieder rausgekramt. Ich hoffe, die schafft das mit dem Fleisch. Was sagst du, 50-50? Ob die es schafft? Ich glaube nicht. Ah. Okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und du? Machen die nicht im Fernsehen da immer noch Eiswürfel rein? Wir machen Wurst. Habe ich eigentlich meine Finger gewaschen? Nein. Also sieht schon mal sehr appetitlich aus. Nimm nicht zu viel auf den Mahl. Ja, komm, so viel wird er ja wohl vertragen. Der kann sogar Kuchenteig kneten. Ich finde, das macht er ganz gut. Das ist super gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Komm, Eiswürfel. Mach mal bitte. Ja. Ich habe doch Fleisch an den Finger. Oder auch Würften. Das sind ganz viele Eiswürfel. Ja, wo denn? Nein. So, ein Eiswürfel, ein bisschen Fleisch. Ja, warte, ich geh nicht schneller. Zwei Eiswürfel, ein bisschen Fleisch. Drei Eiswürfel und ein bisschen Fleisch. Und das ist das Rezept, meine lieben Freunde. Ja, also ich habe dafür hier sowas besorgt. Das nennt sich Harissa. Das kannte ich noch nicht. Das ist quasi eine marokkanische Gewürzmischung mit allerlei Zutaten drin. Zum Beispiel Kümmel, Kreuzkümmel, Ingwer, Chili, geräucherte Paprika, Knoblauch und so weiter und so fort. Und ich habe keine Ahnung, wie viel wir davon reinmachen sollen. Du? Es ist mild, also wird es nicht scharf sein. Es riecht echt ganz schön nice. Ich denke dran, dass es viel Fleisch ist. Es ist viel Fleisch, also machen wir auch viel Harissa rein. Und dann ein bisschen Salz. Salz kann die genug. So, Oregano. Wer versteckt sich denn da feige hinterm Kühlschrank? Das gibt es ja wohl nicht. So, der Rest. Also das ist so ein bisschen über ein Kilo jetzt. Und jetzt geben wir Stopp. Der Tanz des Fleisches ist doch nicht wunderschön. Riecht mal, wie das riecht. Das ist ja ganz fantastisch. Ich probiere mal ein bisschen. Oh Mann. Das ist aber sehr lecker. Ich habe aber keine Ahnung, ob das schon gut genug Gewürz ist. Und deswegen tue ich das, was ich in solchen Fällen immer tue. Ich tue einfach noch mehr rein. So. Und ich finde, es fehlt auch ein bisschen Salz. Ja. Noch ein bisschen frisch gemahlenen. Und so viel zu der Frage, ob meine kleine Küchenmaschine das überhaupt schafft. Das kann ich mir sehr gut als Wurst vorstellen. Möchtest du auch ein bisschen probieren? Eh. Okay. Meine bescheidene Frage, ne? Wie kriegst du eigentlich Sachen in deinen Darm? So. Die gute Nachricht ist, wir haben den Wolf wiedergefunden. Wir haben schon darüber nachgedacht, das einfach in einen Gefrierbeutel zu tun und dann so eine Art Tülle noch dazu zu benutzen, um das in den Darm reinzukriegen. Aber stattdessen habe ich hier so ein Tüllen-Set. Der geht auf jeden Handelsüblichen Wolf rauf. Naja, vielleicht auf nicht allen, jeden. Was ist das denn? Das Ding ist zu klein hier für die Tülle. Die Tülle ist im Grunde zu groß. Und wieder einmal sieht man, Improvisation ist das Allerwichtigste in der Küche. Scheiße. Das muss vorher rein. So. Was ist denn dicker? Wir haben, glaube ich, so ein dickes Ding. Das dickste, musst du finden. Fehlt nur noch der Darm. Boah. Ich glaube, nach dieser Folge werde ich nie wieder Würste essen. So, das ist hier erstmal der Darm. Wie ihr seht, 28,30, was auch immer das heißt. Hat wohl was mit der Dicke zu tun. Ich musste hier tatsächlich 100 Meter Darm kaufen. Das war die kleinste Größe, die sie hatten. Hat mit Mehrwertsteuer so ungefähr 30 Euro gekostet. Ich hoffe, das war es wert. Das soll sich auch sehr lange halten in Salzlage. Und wir brauchen ja keine 100 Meter. Oder? Darmlake. Lecker. Immer einen Schluck. Mmh, guck mal her. Da ist so ein Ding drin. Ah, das ist ja praktisch. Guck mal. Da kann man sich das auch schön auf den Hals hängen. Okay, wir haben euch jetzt nochmal ein bisschen näher herangeholt hier, damit ihr das auch gut sehen könnt. Irgendwo muss hier der Anfang sein jetzt von dem Darm. Ich hoffe, sie haben ihn von Kotresten gereinigt. Wie stellen die sich denn das vor? Soll ich jetzt echt den ganzen Darm hier rausziehen? Ah, guck mal. Hier, da ist der Anfang. Da. Darm mit Scharm. Und den schneidet man jetzt einfach so durch oder so? Ich hab keine Ahnung. Du musst den da überstülpen. Oh, das ist wirklich sehr viel Darm. Guck mal. Ich hab keine Ahnung. Stülpen rüber. Das zerfasert sehr, oder? Das kann doch nicht normal sein. Nee, das ist doch ein Teil. So, dass du es da rüberstülpen kannst. Rüberstülpen? Boah, du musst doch über das Teil alles rüberstülpen. Ja, das weiß ich doch, dass ich das muss. Aber sag mir mal bitte, wie das gehen soll. Du wolltest Wurst machen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sowas hier, ne? So ein Ding hier. Dass das schon ein Stück der Amel ist. Ja, ist es doch auch. Ja, okay. Und jetzt musst du das nur... Wie lange machen wir es denn? Wie lange machen wir es denn? Hier so? Wo ist denn hier der Anfang? Wo gingen denn die AA rein? Hier! Das muss rüber. Und jetzt musst du ganz viel rüberstülpen. Ganz viel rüberstülpen. Da muss man bestimmt sehr vorsichtig sein, ne? Das ist natürlich für mich ein bisschen ein Problem auch. Alles, was du da hast, muss da rüber. Ja, ich versuch's auch. Wirklich, die ganzen 100 Meter? Bist du wahnsinnig? So, okay. Noch mehr. Nein, das... Mehr hab ich doch nicht. Oder... Ach so, meinst du? Ja gut, okay. Ich versuch's mal. Ja, ich mach diese Sendung ja auch hauptsächlich dafür, dass Leute, die da Ahnung von haben, sich die Haare so schön raufen können und dann so ein Negativbeispiel auch haben, so, ne? Und dann sagen, guck mal hier, Jungs und Mädels, so macht man's nicht. Aber zumindest hat der Junge irgendwie ein bisschen Mut, das mal selber auszuprobieren, Mann. Ich glaub, das reicht, oder? Ey, guck mal, wie viel Fleisch du hast, du Vogel. Aber ich kann doch nochmal anfangen. Es ist wirklich erstaunlich, wie reißfest so ein Darm ist, ne? Also, es sieht wirklich so aus, als wenn's so jede Sekunde zerreißen könnte, aber das tut's gar nicht. Das hängt hier die ganze Zeit am Rand fest. Ey, überleg dir mal, was sich manche Menschen in den Arzt schieben. Das ist vollkommen richtig, das möchte ich gar nicht wissen. So, ich mach jetzt erstmal einen kleinen Test. So, jetzt hab ich hier einen schönen Knoten reingemacht, wie man hier vielleicht sehen kann. Und jetzt kommt hier oben in diese Tülle erstmal ein bisschen Fleisch rein. Ist natürlich ein sehr kleiner Wolf. Och, das riecht so gut, ne? Guck mal hier. Bup, 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 bup. Gut. Wollen wir mal nicht so viel mit dem Essen rumspielen, weil das tut man nämlich nicht. Ja, kommt noch nisch. Nur Luft. Ja, ist das gut, dass Luft kommt? Ne, deswegen ist es ja, macht man ja auch keinen Knoten rein. Und nun? So, jetzt machen wir erstmal alles wieder ein bisschen ab. So, und jetzt warten wir mal, bis die Wurst kommt. Guck mal hier, da kommt sie schon. Siehst du's? Jetzt müsste eigentlich einer noch von oben, ich mach das mal selber. So. Du wolltest Wurst machen. Ja, ja. Jetzt packen wir das alles wieder rüber. So. Sehr widerstandsfähig. So, und jetzt. Jetzt muss aber einer, glaube ich, halten. Ja. Also so. Ja, das kannst du schon. Du bist mir ein Freund. Guck mal, das geht nicht alleine. Ja, ich weiß. Einer muss drücken. Ja, dann drückst du und ich kurbel. Hast du Handschuhe? Freu ich nicht. Ja, aber für mich. Brauchst du nicht. Ja, will ich aber. Sonst nimm doch so eine Mülltüte und drück von oben da drauf. Ja, so ist das gut. So ist das gut. Warte. Ja. Und jetzt muss man hier nämlich so auch ein bisschen ziehen, glaube ich, ne? Wie lange soll sie denn werden, die selbstgemachte Merrick S? Ja, das sollte erst mal lang. So, okay. Und jetzt macht man so ein bisschen ab, ne? Keine Ahnung. Und dann dreht man, glaube ich, nur, ne? Wir machen ja noch eine. Mindestens. Mindestens eigentlich 15. Keine Ahnung. So, dann drehen wir hier nochmal. Mini-Winni-Würstchenkette. Vielleicht kann man es so sogar noch ein bisschen besser sehen. Man zieht dann hier einfach so ein bisschen. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie dick man die Wurst haben will, ne? Ob man das da so richtig mit Press reindrückt oder ob man ein bisschen mehr zieht beim Kurbel oder ein bisschen weniger. Das muss man dann irgendwann so ein Gefühl haben. So ein Profi wie ich, der das jetzt gerade seit 5 Minuten macht, äh, der kann euch da noch was von erzählen. Na, ist das was oder wie? Mann, ein selbstgemachte Merges. Ich gehe kaputt. Vielleicht sollte man diese Tülle noch mit irgendwas einschmieren, damit das da einfacher rüber geht, oder? Vaseline? Hm. Anal-Gleit-Creme passt doch irgendwie. Ich drücke der Herr nochmal, warte, ich hole noch ein bisschen Fleisch, so. Ja, jetzt wo ich weiß, wie fest so ein Darm ist, gibt es aber keine Ausreden mehr. Mann, damit können wir aber so einige Würste machen, oder? Merges. Nein, Merges. Guck mal, geht schon geschmeidiger von der Hand, oder? Habe ich übrigens schon erwähnt, dass das Schweinedarm ist. Jetzt. Jetzt habe ich es erwähnt. Also ich glaube, ohne Wolf wäre das ganz schön anstrengend geworden, oder? Ich glaube, das letzte Mal, als wir Shivapschi-Chi gemacht haben, da hatten wir den auch schon mal benutzt. Kann das sein? Ja. Geil. Schaut, Tom kocht Shivapschi-Chi mit Stagas Mirko. Und bei der Schweinewurst, da werde ich jetzt mal ein bisschen improvisieren, damit es ein bisschen schneller geht. Da kommen dann noch... Oh, sehr viele... Das wird eine Zwiebelwurst. Ordentlich Majoran. So. Paprikapulver. Ordentlich einen Schuss Salz. Und auch das ist ein halbes Kilo, darf man nicht vergessen. Oh, ein bisschen groben Pfeffer noch. So. Achso, hier. Mehr Gas-Rest. So. Und als letzte Zutat tun wir das Messer noch wieder mit rein, okay? Er lacht sich ein, ey. Scheiße. Ich hatte vorher den Stecker... Liebe Kinder, das nächste Mal, wenn ihr sowas probiert, bitte vorher den Stecker ziehen. So. Oh, die riecht aber auch richtig gut. Überhaupt nicht nach Bratwurst oder so. Ich weiß nicht, wonach es riecht, aber... Es ist eben... Toms Spezialwurst. Ja! Wie hält sich denn so ein Darm? Äh, in Salzlaken eine ganze Weile. Drei Monate. Man kann den auch einfrieren, habe ich gehört. Das ist aber nicht gut, dann geht er kaputt. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, ob das okay ist. Und was macht denn die Himbeermarmelade hier? Auf Pommes habe ich keinen Bock. Schneidet einfach eine Kartoffel in Stifte, schmeißt sie in die, ähm, ja. Ne? Ihr wisst schon, wie das geht. Und hinterher nicht vergessen, Salz drauf zu tun, dann passt das schon. Äh, da habe ich heute keinen Bock mehr zu tun. Äh, da tut mir leid. Also, ne. Also, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Ja, aber du hast doch gesagt, es soll Pommes geben. Ja, dann habe ich ihm gelogen. Verklagt mich doch. Vielleicht mache ich ja mal eine kleine Tom-Koch-Shorts-Folge über Pommes. Das wird dann aber eine sehr shorte Shorts-Folge. Tada! Ketchup und dann ab an den Grill. So, und der Darm kommt wieder zurück nach, äh, Saltlaken City. Die einfachste Methode, so einen Grill anzukriegen, beziehungsweise die Kohlen heiß zu machen, ist, Grillanzünder an und diesen Kamin verwenden. Zack, 20 Minuten später, Kohle fertig. So, und hier kommt der selbstgemachte Ketchup. Jetzt noch mal kurz probiert. Süß und scharf, süß und scharf. So scharf hätte der Senf sein müssen. Oh, freust du dich auch schon so? Ja, ich mich auch. Oh, die Kamera brennt. Jetzt können wir das mal auskippen hier. Ich finde... Das sieht wunderschön aus. Ja, super. Entschuldigung. Jetzt ist aber auch genug. Ist dir übrigens schon aufgefallen, wie wunderschön sauber dieser Grill ist? Schau mal hier. Also ich mache ihn jetzt noch ein bisschen sauber. Ah, fuck! Jedes Mal. Man unterschätzt das, ne? Kohle ist doch sehr heiß. Ne? Dein Nachbar ist auch sehr heiß. Er sägt immer noch. Ja, so mache ich meinen Grill an und ich würde mal sagen, jetzt kommt die Wurst drauf. Ich weiß nicht, ob man das hinterher noch auseinanderhalten können wird, aber das sind die Schweinewürstchen. Und das ist zum Beispiel Merges. Wir finden für jede einen Platz. Ach, scheiße, das sind viele. Das geht nicht. Sag mal, Mirko, kann das vielleicht sein, dass wir die hätten vorbrühen müssen? Keine Ahnung. Macht man das so? Ich weiß es auch nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde das echt gerne mal wissen. Man könnte es natürlich auch im Internet nachgucken, aber das tue ich ja im Grunde, wenn ich eure Kommentare lese. Das ist doch ganz logisch. Noch ein kleiner Grilltipp. Wenn da ganz viel Asche auf den Kohlen ist, dann packt einfach hier euren Grillnir raus. Und haut da ein bisschen drauf. Grillnir, verstehst du? Gucken wir mal, ob die schon fertig sind. Sieht gut durch aus, oder? No. Probier mal. Na komm, trau dich. Soll ich? Vielleicht ein bisschen Senf dazu? Was? Ist okay. Wie ihr seht, die Würstchen sind fertig. Es sind eine ganze Menge geworden mit einem Kilo Fleisch. Und jetzt würde ich mal sagen, zu Tisch. Ich glaube, es wird Regen geben. Lasst uns essen. Ich probiere hier mal die Meerugäs. Mit ein bisschen Senf. Und ein bisschen Ketchup. Oh, die erste Wespe des Tages. Toll. Also, ich habe ja eben die Schweinewurst gegessen. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, fand ich sie ja auch nur geht so. Was ich auch gesagt habe. Was ich ja doof fand. Ja. Aber ob du es glaubst, wenn ich es fehlte? Salz. Echt? Salz. Mhm. Okay. Bei der Meerugäs komischerweise auch, oder? Aber die schmeckt gut. Also die schmeckt echt gut. Aber es fehlt echt Salz. Und ein bisschen trocken. Das ist zu wenig Fett. Zu wenig Fett. Wir können also festhalten, der Senf ist zu süß geworden. Der Ketchup ist viel zu scharf geworden. Und die Würste sind ein bisschen zu trocken geworden. Und es fehlte Salz. Ansonsten hat sich das Ganze aber mehr als gelohnt. Es ist sehr, sehr lecker. Und jetzt versuche ich auch nochmal hier so ein Schweineding. Oder würde ich mal sagen. Jetzt essen wir erstmal. Das Gute daran mit der Wurst ist ja, dass du es in den nächsten Wochen ja echt verfeinern kannst. Ich habe jetzt nur noch ungefähr 98 Meter. Insofern schwierig wird das, bis ich das verfeinert habe. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Nein, tut es nicht. Wenn ihr einen Daumen hoch gebt, verarbeiten wir eure Daumen. Ah ja, richtig. Haben wir vergessen zu sagen. Falls euch das das wert ist, macht es einfach. Guten Appetit. Ich habe es doch gesagt. Na ja, eigentlich hat es der Wettermann gesagt. Tschüss.